Zum ersten Mal in einem WM-Finale hat jetzt England fünf Tore erzielt, drei durch Harry Kane, eins durch Romelu Lukaku. Roman, wie siehst du das? Denkst du, das hat die Erwartungen schon ein bisschen gesprengt, würdest du sagen? Also natürlich muss man sagen, dass sie haben sehr gut gespielt. Es ist natürlich deutlich höher als erwartet. Ja, na gut, dann machen wir hier eine kleine Pause. Ja, ist alles gesagt in Pause. Und wir sehen Sie dann nachher in Kürze, sprechen wir Sie dann wieder. Auf Wiedersehen.